Willkommen zurück, Leute, zu Edna. Bericht aus. Ja, zuletzt wusste ich jetzt nicht mehr so richtig weiter. Ich habe hier alles mögliche noch ausprobiert, wie zum Beispiel Poloschläger am Fenster benutzen. Was sie dann auch nochmal schön einkleert, aber hat mir auch nicht viel genutzt. Glocke, Leute, dies und das und jenes. Dann habe ich nochmal mich umgeguckt. Habe auch nochmal die Tasten anders gemacht und nochmal gespielt. Und ich habe den Verstärker auch mal ausgemacht und gespielt. Einfach mal um zu gucken, was ist dann. Natürlich hört man dann wieder nichts. Das bringt also nicht viel. Aber ich bin hier tatsächlich nochmal fündig geworden, weil sie das jetzt nimmt. Sie nimmt jetzt den Kopfhörer mit, was sie vorher nicht gemacht hat. Und ich hoffe, dass mir der jetzt weiterhilft. Dass ich den irgendwie, ja, benutzen kann. Ich will nicht mit Kopfhörern, sonst hätte ich den Verstärker auch nicht hier rausschleppen müssen. Das heißt, sie will den, ja, was hat sie vor? Ihm geben? Warum ihm geben? Kann man den da ranschließen? Ich probiere es nun mal alles aus. Aha. Ich habe ihn in das Kassettendeck gestöpselt. Ja, und jetzt? Ich habe ihn in das... Dank des Kopfhörers kann man das Georgel jetzt nicht mehr hören. Äh, ist das aber Sinn der Sache? Ist das Sinn der Sache? Ist ihr das jetzt dann... Also benutzt sie den jetzt, den Kopfhörer? Beim Spielen? Hey, das rockt! Haaa! Aufhören! Das ist ja grauenvoll! Interessant. Schalt das ab! Und wenn sie das jetzt nicht hört? Ja, das war lustig. CDE, FG... Ich mache es nun mal, weil ich jetzt nicht weiß, ob sie den gerade benutzt, den Hörer. Ja. Ja. Das ist ja scheit! Noch weiter. Das war lustig. Das ist scheit! Immer dasselbe. Das war lu... Ich glaube, es würde aber längst was passieren, wenn das richtig wäre. Hey, das rockt! Klar rockt das, so. Das ist ja scheit! Und er kann es gar nicht ab. Das war lustig. Hm. Und das hat nicht viel gebracht. Dann kann ich... Nehme ich den jetzt wieder oder... Benutzen, Kopfhörer. Na gut, ich nehme ihn wieder mit. Aber ich lasse das Ende eingestöpselt. Aha. Allzu weit reicht das Kabel allerdings nicht. Aha. Du lässt das Ende eingestöpselt. Damit kann die Musik nicht mehr an den Ohren vorbeigehen. Das heißt, du willst jetzt richtig Krabum machen oder was? Ähm, benutzen. Ich kann es reinstecken, aber wenn sie es nimmt, dann... Hä? Das ist kein Walk? Nee, du sollst ja auch Kopfhörer nehmen. Ähm. Ähm. Nimm... Ja, toll. Ähm... Na gut, ich nehme ihn wieder mit. Aber ich lasse das Ende eingestöpselt. Allzu weit reicht das Kabel allerdings nicht. Weiter reicht das Kabel vom Kopfhörer nicht. Ich lege ihn lieber erst... Oh, ich habe eine Idee. Wie wäre es, wenn wir... Jetzt kann es weitergehen. Wie wäre es, wenn wir den Kopfhörer nehmen und den in die Klappe packen? Ha? Das wäre doch mal eine Idee. Wäre schön, wenn das klappen würde. Na gut, ich... Aber ich lasse das... Allzu weit reicht... Und dann kommt das schön bei ihm da oben raus, die Mucke. Hahaha. Ja. Das wird jetzt schön. Das wird schön jetzt. Dank des Kopfhörers kann man das Georgel jetzt nicht mehr hören. Wenn ich jetzt spiele, was passiert dann? Ich habe ein bisschen Angst, was ich hier mache. So? Dann wollen wir mal. Hey, das rockt. Was ist mit den Kopfhörern? Was passiert da jetzt? Ha! Aufhören! Das ist ja grauenvoll. Scheiß das ab! Das war lustig. Das jetzt nochmal bis zum Ende zu machen, mache ich mal nicht. Aber ich frage mich, ob ich nicht irgendwie das hier benutzen kann. Dank des Kopfhörers kann man das Georgel jetzt nicht mehr hören. Der Verstärker ist unten an. Muss ich das hier vielleicht nochmal ausmachen? Hm? Hm? Er findet das ganz furchtbar, aber irgendwie kann man die Klappe auch zumachen. Ja, ah, okay. Ja, jetzt vielleicht nochmal? Das war los. Ich habe keine Ahnung, aber wir können hier gerade so viel ausprobieren. Das ist schein. Da fällt mir ein, das habe ich euch auch noch nicht gesagt, da war unten. Unten sind auch noch so die Enden der Orgel, hier die Orgelpfeifen, da gehe ich nochmal jetzt hin. Da kann man hier so um die Ecke gehen, das hatte ich auch noch bemerkt, so offline. Kann man da denn jetzt irgendwas machen? Eine Innenraumentrostung ist überfällig, aber meine Arme sind zu kurz. Von oben reinstecken, das ging glaube ich auch nicht. Und oben meinte sie doch auch, dass das gemacht wurde. Wie die Orgelpfeifen. Was hältst du davon, Harvey? Yippie! Eine Panflüchte für Riesenperuana. Ja, diese Ansicht von der Dorfkirche hat tatsächlich gewisse Ähnlichkeiten mit der Kirche in meinem Heimatdorf. Ich muss mal meinen Therapeuten befragen, ob das irgendwie tieferliegende Gründe haben könnte, dass ich sie hier als so bedrohlich dargestellt habe. Aber ich finde es schön, wie viel Mühe ich mir mit den Buntglasfenstern gegeben habe. Erstmal zwei ganz unterschiedliche Kunststile. Erstmal irgendwie sehr brave, bauklotzartige Kirchengebäude. Und dann halt dieses total zerstörte da rechts neben. Und auch schön, wie das Licht halt irgendwie sich auch noch auf dem Boden und auf die Kanten von den Sitzbänken auswirkt. Und sogar auf die Treppe und so. Wo das perspektivisch überhaupt nicht richtig ist. Schön. Kann man die Fenster? Nein, man kann sie nicht zerstören. Ich glaube, das ist ein Tasteninstrument. Ich glaube, die Orgel zählt zu den Holzbläsern. Du spinnst, Harvey. Tja, keine Ahnung, was ich hier machen kann. Arme Edna. Der Kopfhörer passt auch nur bis hierhin. Das muss ja schon irgendeinen Sinn haben. Das kann ja nicht sein. So. Kommt da jetzt irgendwie... Ich verstehe halt nicht, warum sie die Musik von dem Radio nicht anmacht. Das kapiere ich halt nicht. Kassettendeck. Ansehen. Plan B. Falls der Organist mal krank ist. Ja, dann könnte der nämlich, wenn er sagt, oh nein, hör auf, kann sie in der Zeit nämlich nach oben gehen, oben die Leiche auch nochmal schwingen mit der Glocke und dann fällt er vielleicht von dieser Balustrade runter. Das wäre doch mal ein richtig guter Plan. Das heißt, wir sollen gar nicht selber spielen, aber warum macht sie das dann nicht an? Warum machst du es nicht an? Brauche ich da irgendwie extra Musik oder... Guck mal, Harvey, ein Kassettendeck. Oh nein, und jetzt habe ich das Mixtape nicht dabei. Du hast mir ein Mixtape gemacht? Das ist so süß, Kumpel. Ja, aber jetzt wird es für immer im Mixer verschimmeln. Ja, das wird schon, Harvey. Ich könnte ihn sicher mit einem Schlag zerstören, aber ich tue es nicht. Ich genieße das Gefühl der Macht. Mach mal irgendwas hier. Die hat schon jemand vor, der hatte wohl den Leuten ge... Ja. 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 Die nochmal aufmachen und das Zeug reinkippen. Die hat schon jemand, der hat Leute ge... Ja. Ja. Mach zu. So. Hm. Irgendwie ärgerlich. Ich will nicht mehr Orgel spielen. Ich will jetzt, dass die Musik hier rauskommt. Brauche ich da irgendwie ein Tape? Finden wir da noch eine ordentlich gute Metal-Kassette, die ich auch noch einsammeln könnte? Das wäre natürlich sehr schön. Das mit dem Nachspielen der Orgel, vielleicht dient das ja auch nur dazu, ähm, dass man weiß, dass er diese Musik echt gar nicht abkann. Ist da irgendwo was drinne? Keine Zeitmusik. Finden wir hier irgendwas? Das wäre Blasphemie. Die haben die Punkte falsch verbunden. Es ist eigentlich ein Elefant. Okay, ich kann noch ein bisschen rumkriegeln. Wenn der Sänger das hier sieht, dann muss er sich mit mir verabreden. Ja, wenn wir schon mal dabei sind. Mit Augenklappe und Papagei sehen sie noch netter aus. Das Logo ist mit Streifen noch cooler. So, jetzt haben wir alle Plakate noch vollgekriegelt. Das ist genau so. Wenn der Sänger das hier sieht, dann muss er sich mit mir verabreden. Das ist sowieso das Allerwichtigste hier. Ach, sie hat den Fernseher ausgemacht. Okay, ist ja interessant. Machen wir den mal aus. Hm. Ja, ich weiß auch nicht. Also, haben wir irgendwo eine Kassette oder was, die man noch mitnehmen könnte? Ich glaube nicht, ne? Rausgehen kann man übrigens auch nicht. Ist abgeschlossen. Ich mache noch mal... Machen wir noch mal den Verstärker aus. Das habe ich auch noch nicht ausprobiert. Verstärker einfach mal ausmachen und... Ja. Das stört ihn ja immer irgendwie gar nicht. Dank des Kopfhörers kann man das Georgel jetzt nicht mehr hören. Ja, aber sie hat den Kopfhörer nicht auf. Ich werde wahnsinnig hier. Ich werde mir jetzt mal einen Tipp holen. Ich hole mir mal einen Tipp, Leute. Ich habe jetzt so lange hier rumgeburgt. Irgendwie möchte ich die Musik ankriegen und ihn dann da oben damit runterschubsen. Made in Kruppstadt. Auf J7 Minor gestimmt. Ich will den da, ne? So. Und dann... Wenn man die Musik hört... Guck mal, dann schwankt das Ding ja. Mach keinen Lärm. Ja. Das Ding schwankt nämlich so schön die Leiche, was ziemlich eklig ist, aber... Hier komme ich auch nicht an die Orgeldinger ran. Das geht also nicht. Ne, Leute, ich hole mir mal einen Tipp da. Also, wie gesagt, meinen Plan habe ich ja schon genannt. Allerdings verstehe ich noch nicht den Zusammenhang mit dem Orgelgespiele und dem Kassettenrekorder. Aber wenn man dies hier anmachen würde und dann die Musik... Dann vielleicht noch Orgelspielen, dann ist der so abgelenkt, weißt du, so irgendwie so. Also, bis gleich. So, da bin ich wieder und es tut mir total leid. Ich habe jetzt erst schon wieder gemerkt, dass mein Ton total übersteuert war. Weil hier wieder so ein Zettelwust liegt und dann kommt das manchmal einfach gegen die Schalter und dreht voll den Volume-Maximal-Pegel immer ganz laut. Also, sorry, dass ich so übersteuert vielleicht diesen und letzten Part geklungen habe. Mir ist das immer total unangenehm, wenn ich so... So richtig laut ins Mikrofon spreche, wo ich es gar nicht tue. Einfach, weil der Pegel viel zu laut eingestellt ist. Aber ich habe jetzt wenigstens mal ein bisschen in die Lösung geguckt und wir sind hier auf dem besten Wege. Aber irgendwie ist es doch anders als gedacht. Wir haben ja das mit der Glocke schon gemacht. Man soll das jetzt aber nicht nachspielen und das finde ich irgendwie auch sehr schwierig. Man soll den tiefsten Ton jetzt spielen, H. Und ja, wir gucken mal, was passiert. Achso, ich muss den Verstärker unten ja noch anmachen. Nee, es geht sogar auch so. Aha. Ja gut, dann spielen wir jetzt einfach mal so weiter, würde ich sagen. Jetzt spielen wir nochmal die Reihenfolge. Nee, das nutzt nichts. Dann nehme ich mal an, dass wir dann das mit dem Verstärker machen sollen. Aber wer kommt denn da drauf, das muss ich jetzt zugeben, den tiefsten Ton zu benutzen? Nee, das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass das dann in Kopfhörer zu machen. Da hätte ich mir irgendwas noch gewünscht, dass man darauf kommt, ja, was anderes drücken zu sollen. So, ich mache den Verstärker an. Der ist jetzt an. Wunderbar. Dann gehe ich jetzt nach oben. Ja, und jetzt das ganze lustige Spiel nochmal zum hundertsten Mal. Aber diesmal sollte es da oben ihn dazu natürlich bewegen, da er die Kopfhörer hat, dass er die dann nimmt. Das wäre natürlich sehr schön. Das wäre natürlich sehr schön. Nur noch zwei Töne. Wir kommen dann nicht weiter. Das ist voll wichtig jetzt. Das nervt auch. Es muss jetzt mal weitergehen. Und der letzte. Hey, das rockt. Das ist ja grauenvoll. Schalt das ab. Das war lustig. Ja, und warum nimmt er jetzt nicht die Kopfhörer? Muss ich dem das jetzt extra sagen, oder was? Ach, er hat sie jetzt aufgesetzt. Ja, das ist schön. Dann benutzen wir jetzt die Glocke. Und dann kann der uns mal. Was war das für ein Schrei? Ja, das war ja, habe ich ja vorher schon gesagt. Das war ja mein Plan. Aber er war jetzt endlich mal abgelenkt. Und er sollte tatsächlich die Kopfhörer kriegen. Wir wollten das. Das kann doch alles nicht wahr sein. Weck mich bitte, Harvey. Harvey? Harvey, sag doch was! Entschuldigung, Edna. Mir war nur gerade, als hätte ich... Was? Was ist? Erinnerst du dich an etwas? Ach, nichts. Wir... Wir haben jetzt Wichtigeres zu tun. Nimm dir den Schlüssel und lass uns so schnell wie möglich hier weg, ja? Du sprichst mir aus der Seele, Harvey. Eigentlich ist es schon echt furchtbar. Oh Gott. Jetzt hat sie ihn getötet. Vielleicht ist er ja auch gar nicht tot. Vielleicht doch. Endlich daheim. Und was nun? Ich kann mich erinnern. Aber nur an Kleinigkeiten. In dem Beet da drüben habe ich immer Ameisen verkokelt. In dem kleinen Teich habe ich Frösche platzen lassen. Es wirkt alles viel kleiner als früher. Lass uns versuchen reinzukommen. Und dann suchen wir mein Zimmer. Ich habe früher immer Tagebuch geschrieben. Dann werde ich mich schließlich an alles erinnern können. Ach, Edna. Jetzt haben wir hier so eine komischen Zwerge. Guck mich mal noch eben schnell um. Hm. Zu. Ich glaube, mein Vater hatte den Schlüssel immer in einem der Zwerge versteckt. Da habe ich zu Silvester immer Böller reingeworfen. In den eigenen Briefkasten? Mhm. Da habe ich... Gut, dann gucken wir uns mal die Mäherzwerge. Ich erinnere mich, dass einer der hässlichen Zwerge den Schlüssel für die Tür hatte. Warst du es? Hm. Ich erinnere mich, dass einer der häss... Warst du es? Okay, sie spricht mit denen. Hm. Das war ziemlich zornig. Ich erinnere mich, dass einer der hässlichen Zwerge den Schlüssel für die Tür hatte. Vielleicht einer deiner Kumpel? Voll die Agro-Zwerge. Das ist kein Mond. Hm. Irgendwie ist das alles so... Ja. Wir wollten den Schlüsselmeister loswerden, aber es ist jetzt auch schon hart, dass sie den da jetzt... Ich habe niemanden mehr, dem ich schreiben könnte. Alles wird gut, Edna. Oh, no, Harvey. Können wir die Tür bekriegen? Mathis hat mir verboten, die Türen zu bemalen. Aber Mathis ist nicht hier. Ich wünschte, er wäre es. Ach, die arme Edna. Ich würde sagen, wir kümmern uns um das Zwergenrietzel das nächste Mal weiter. Wenigstens sind wir ein bisschen weitergekommen. Wir haben die Orgel hinter uns gelassen. Das Gedudel hat ja auch irgendwo genervt langsam. Meine Stimme ist hoffentlich auch wieder normal. Und dann sehen wir und hören wir uns vor allem im nächsten Part von Edna. Bricht aus. Bis dann.